Ich bin Gisela Güß. Ich bin Admar Schmelcher. Wir sind aus Deutschland in der Nähe von Köln und waren hier für fünf Tage. Wir haben etwas gesucht in der Nähe von Ronda und hatten dann auch an die schöne Landschaft gedacht und haben von hier aus mehrere Ausflüge umgeben gemacht. Das Hotel haben wir über Internetrecherche gefunden, speziell über die Booking-Seite von HRS in Deutschland und unser Ziel war ein Hotel zu finden, das in landschaftlich schöner Umgebung, also Andalusien als Ziel ist für mich der zweite Urlaub. Sie ist zum ersten Mal hier. Spanien kennen wir beide von verschiedenen Urlauben an anderen Stellen und in diesem Jahr wollten wir speziell Andalusien und die vielen schönen kleinen Städte und die Landschaft kennenlernen. Wir freuen uns auf ein Wiederkommen in ein Fuerte Hotel.